Der Lehrer gibt den Schülern im Zeichenunterricht die Aufgabe, eine Wiese zu zeichnen, auf der eine Kuh weidet. Der flotte Tommy liefert ein leeres Blatt ab. Der Zeichenlehrer wundert sich. Wo ist denn das Gras? Das hat die Kuh gefressen. Und wo ist die Kuh? Die bleibt doch nicht da, wo kein Gras ist.